Bevor wir jedoch Goodbye sagen, danken wir euch für die tolle Zeit, die wir miteinander hatten. Nick Toon Nick Life Eure Briefe, eure Logos Hier und ihr Ohne eure Hilfe hätte es die Aktion Hilf mit nicht gegeben. Ihr habt die Nick-Verleihung erst möglich gemacht. Wir hatten sehr viel Spaß mit euch. Daher noch einmal vielen Dank und auf Wiedersehen. Nick Lodien in Deutschland den Sendebetrieb einstellen wird und ab Montag nicht mehr zu sehen sein wird. Aber kein Grund zur Sorge, denn bevor wir uns von euch verabschieden, wollen wir uns natürlich bei euch bedanken für drei super Jahre mit euch und Nickelodeon. Wir alle hatten eine tolle Zeit, nicht zuletzt wegen den Nicktoons. Egal ob Hey Arnold, die Rugrats oder A Monster oder Rockos modernes Leben. Wir hoffen, dass alle ein neues Zuhause finden. Hey, dann gab es ja auch noch das sagenhafte Nick Live-Programm. Da konntet ihr mitmachen, anrufen und faxen. Und jeden Tag sind unzählige Briefe von euch eingegangen. Vielen lieben Dank auch für eure tollen Nickelodeon-Logos. Hier und ihr, hier habt ihr gezeigt, wo ihr lebt, was ihr macht und ihr hattet sagenhafte Hobbys. Ja und dann gab es ja auch noch Hilf mit. Hier konntet ihr endlich was bewegen. Egal, wo es was zu organisieren gab, ihr wart dabei. Vielen lieben Dank dafür. Hilf mit bei Nickelodeon. Eure Stimme zählte bei der Nick-Verleihung 96 und 97. Hier konntet ihr eure Lieblingsstars wählen. Tja, das war's. Das war drei Jahre Nickelodeon. Und es war eine Menge. Eine Menge Action, eine Menge Fun. Und ich denke, es war immer was für euch dabei. Das ganze Nickelodeon-Team sagt Danke und Tschüss. Und denkt immer dran, tu das, was du willst. Eure Stimme zählte bei mir. Und dann tka immer dran. Und dann tま اليst du dir? Wie gesagt, es war ein Mensch für dich. Und dann?